Guten Tag und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und ich darf euch heute hier diesen Mercedes GLK 220er Diesel vorstellen. In dem Video soll es vordergründig eigentlich um den Zustand des Fahrzeuges gehen, nicht unbedingt um die Ausstattung. Wer es dennoch wissen will, was alles drin ist, der klickt einfach mal auf die Modellbezeichnung oben und da öffnet sich ein Fenster und dort steht, hier geht es zum Inserat, danach ist ein Link, dort klickt er drauf und dann wird er zur Mobile weitergeleitet und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug auch noch zum Verkauf und ansonsten könnt ihr das dann auch alles nachlesen, was hier alles drin und dran ist an Ausstattung. Ich bin jetzt vorab schon mal ringsherum gelaufen, ich meine das Auto ist jetzt 100.000 Kilometer auf der Straße gewesen und dafür sieht er wirklich richtig gut aus, das kann man nicht anders sagen. Innen wie außen ein sehr gepflegter Zustand, auch gerade mit dem Chrompaket sieht das eigentlich ganz hübsch aus. Innen mit dem Leder Alcantara Mix, alles super aufgeräumt, nichts abgegriffen, durchgesessen, durchgewetzt oder sonst irgendwas. Der sieht einfach gut aus, auch gerade mit dem dunklen Dachhimmel, der ist optional. Das passt auf jeden Fall in die Welt und ich denke, der wird auch nie lange stehen, weil die GLKs, muss ich sagen, die sind super wertstabil, fahren sich gut, verbrauchen wenig. So kleine Alleskörner, will ich fast sagen. Großen Kofferraum kriegt er noch dazu. Vorbesitzer hat sich hier noch so eine Ladewanne mit reingetan, dass der Kofferraum nie verschmutzt wird sozusagen. Ja, wie gesagt, der macht wirklich eine sehr gute Figur. Ich habe jetzt nichts gesehen, was der Laufleistung nicht entsprechen würde. Manchmal habt ihr hier so etwas mini kleines, wo ich jetzt sage, so ein mini kleiner Kratzer, ich glaube, der ist nie nennenswert, weil es ist einfach kein neues Auto. Ich gucke auch gerne mal aufs Dach. Das sieht auch vernünftig aus. Das Ganze in obsidornen-Schwarz. Ein gängisches Auto für einen guten Preis und wenn wir euer Interesse am Fahrzeug geweckt haben sollten, dann lasst es uns gerne wissen. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da, Samstag 10 bis 14 Uhr. Wir beraten euch dahingehend, dass ihr euer altes Auto vielleicht in Zahlung geben könnt. Ihr könnt sowas bei uns finanzieren und optional eine Gebrauchtwagen-Garantie bekommen. Und andersrum stellen wir sicher, dass ihr ein gutes Auto von uns kriegt. Heißt, wir haben eine Werkstatt hinten dran, da wird das Auto auf die Bühne genommen. Es wird auf jeden Knopf gedrückt. Es wird ausgiebig Probe gefahren, um einfach zu gewährleisten, wie gesagt, dass ihr ein gutes Auto von uns kriegt. Sollte dennoch was kaputt gehen, macht es Sinn, vielleicht mal über so eine Gebrauchtwagen-Garantie zu sprechen. Aber das machen die Kollegen einfach dann vor Ort. Oder wenn euch das Video gereicht hat, ruft da an, macht einen Termin. Wir kriegen es auch hin, dass wir das Auto bis vor die Tür liefern. Also, von daher danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.